Die letzten drei Auswärtsspiele haben sie verloren. Nur noch mal zur Erinnerung. In diesem Jahr lief es auswärts überhaupt nicht gut bei den Braunschweigern. Zog sich ja schon durch die Vorsaison. Jashvili, Sanu, der doppelte Doppelpass mal wieder. Und der geht weit mit nach vorne und er macht es. Das vierte Tor von Mohamed. Eine Stunde gespielt. Die Geduld ist belohnt worden. Der SC Freiburg geht vor 12.000 Zuschauern im Badenova-Stadion in Führung. Nochmal, Jashvili. Und da hat es sich schon gelohnt, dass der Jashi gesagt hat, ich will dabei sein. Trainer, ich bin fit. Der kommt 1 a, der steigt hoch. Und da sieht die Verteidigung von Eintracht Braunschweig nicht gut aus. Das war die 61. Spielminute. Neuer Spielstand. Schiebt er ihn weg. Jülich reklamiert Foulspiel. Fühlte sich weggeschoben. Der hat neu. Jashvili. 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 Aber wenn du da reklamierst, dann bitte erst die Situation bereinigen und sich dann beschweren. Aber so, solange der Schiedsrichter nicht pfeift, der Spruch ist so alt und der kostet bestimmt zehnmal mehr. Bis zum nächsten Mal.